Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wie einfach ich einfach sterbe, ey. Das letzte Mal hatte ich, weil ich mich nicht heilen konnte. Und dieses Mal, weil er einfach so scheiße ist. Weiter, 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 weiter. Ich friere weiter ein. Weiter, 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 weiter. Weiter. Komm, hol den Hammer raus, wir spielen. Magica. Genau. Guck mal, der läuft da noch. Kann ich mir unter den stellen? Bin ich da tot? Nee. Ist total lustig, dass die Leute so ein Kotzen. Oh, wir waren ja hier oben schon, ne? Und hier oben kommen jetzt gleich die ganz fiesen, die wir eben hatten. Oh, danke schön. Nein, das klappt nicht mehr, also. Geht auch ein Noob. Nein, das klappt nicht mehr, probier's gleich nochmal. So. Weg da. Nein, nein, das bringt nichts. Ich mag den Blitz nicht mehr, er ist nicht mehr. Boah, wie viele sind denn das hier auf einmal? Boah, falsche Richtung. Bist du tot? Bist du tot? Bist du tot? Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. God, you've hit me with the bomb. Äh, danke. Ja, ja, ja. Äh, ich finde wir sind hier nicht unbedingt in einer besseren Position, ne? Nee. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Achtung. Das war nicht gut. Heil mich, heil mich. Äh, belebe mich. Danke. Ich hab auch irgendwie ein Leck des Todes, kommt mir vor. Komisch. Letztes Mal ging's eigentlich, oder? Ich, ich finde wir sollten hier einfach einen Run, Run machen und einfach durchrennen und gucken wo wir landen. Schnell, schnell, da oben können wir schon raus, schnell, schnell, lass mich hier raus. Bin ich jetzt echt einfach ins nächste Gebiet gelaufen? Ja. Ich glaube, mit dem könnte man hier kompletten Run-Through machen. Du Russian. Äh, du verkohlst mich. Wenn, wenn, wenn du das, äh, äh, nachbearbeitest, bitte an dieser Stelle einfügen, verkohlt. In dem Todeszähler. Du hast grad den Gegner geheilt. Oh, man. Aber ich hab mich auch geheilt. Äh, er läuft. Oh, da oben ist so ein komisches Ding. Es könnte spaßig werden. Oh, weißt du, was wir grad für ein Problem haben? Ich kann hier nicht weiter. Oh, shit. Da kann ich auch nicht weiter. Ähm, dann muss ich wohl hier weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung. Denn jetzt kommt der absolute Hammer. Warte, warte, ich belebe dich wieder. Gib mir dafür einen Untertitel. Ja, dann, viel Spaß. Also du machst, du machst die Gegner, ich suche den Weg. Irgendwo muss auch hier der Weg sein. Vielleicht kann ich... Ah, ja, hier oben sind noch mehr Gegner. Ich glaub, hier müssen wir lang. Genau, holen wir einfach noch mehr Gegner. Das ist, glaube ich, eine sehr lustige Geschichte. Und ich glaube, hier können... Ach, guck mal an. Gleich sind wir am Bildschirmrand. Nein, doch nicht. Doch nicht. Ah, hier ist ein Wegpunkt. Hier ist ein Wegpunkt. Wenn wir den jetzt aktiviert haben, werden wir dann hier inmitten dieser ganzen Gegner wieder... Bist du tot? Nein, nein, nein. Wiederbelebt. Oder was? Oh, ich bin jetzt aber tot. Heldig mal. Äh. Puh. Ich glaube, das waren auch für dich zu viele. Wollen wir das an sich eine coole Geschichte ist? Äh, wir werden tatsächlich hier wiederbelebt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Den hätt ich vielleicht nicht aktivieren sollen, war? Ähm. So. Ich mach das, was ich mit dieser Robe am besten kann, nämlich laufen. Wie kann man mit einer Robe überhaupt rennen? Uuuh. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Das ist doch irre. Wir sind hier voll eingekerkert. Ja, ne? Das ist voll nervig. Gegner geht mal aus dem Weg. Ich muss mal hier den Weg suchen. Boah, der zermatscht gerade mal voll die Gegner. Oh, wie ich mich hiermit einfach perfekt. Toll. Ah, ich kann ja nicht, äh... Ach, das wird dieses Eislauflevel, genau. Oh, verdammt. Vielleicht sollten wir das dann... Du kannst das. Wieso kann ich nicht übers Eis laufen? Tja. Wie ich mich einfach voll schnell selbst heilen kann mit dem Vieh. Mit der Robe. Da ist es ganz lustig, das Feuer, äh, dieses Eis wegzubrennen. Oh, ja. Ja, ja, ich merk's. Oh, ja, stimmt. Warte mal. So könnten wir uns doch eigentlich hier... Die Gegner von Pais schaffen. Ja, ne? Wenn's nicht Millionen von Millionen wären. Was, so viele sind das doch gar nicht. Oh, Mann. Alex. Hast du gut gemacht. Vielleicht... Vielleicht sollten wir das einfach nochmal komplett neu machen. Einfach als, äh... Let's play. Weißt du, nicht als let's fail, sondern... Als let's... Ähm, ich glaube ich sterbe hier gerade. Ich heil mich einfach jetzt komplett durch. Die ganze Zeit. Puh, scheiße. Kannst du mich mal eben wiederbeleben? Äh, nein, ich fürchte, ich bin auch tot. Ich hab mich baden geschickt. Ja, ich hab's gemerkt. Warum merkt er sich auch einfach, dass wir die Gegner gar nicht alle getötet haben? Das geht mal gar nicht. Äh... Okay, da soll ich nicht reingehen. Da auch nicht. Hier, nein, ja, nein, ja, nein. Jetzt wär die Blitzrobe ziemlich gut. Was wär gut? Die Blitzrobe. Ja, ne? Ja, ne? Ich mein, wir können ja noch so'n Blitz machen. Nein, nicht. Nicht, wenn ich drinnen stehe. Ach so. Oh, geht doch mal aus dem Weg, ihr blöden Goblins. Lebe ich noch? Nein. Ich weiß nicht, warum die mich ignorieren, aber... Hier, nehmt ihn. Kann ich mich nicht teilen? Oh. Oh, nein, 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 nein. Äh... Oh. Schnell geht's um Rand des Bildschirms, du Arschkrampe. Nööö, neö, neöö. Nimm das. Oh, hör doch mal auf mich zu erschubsen. Hallo, nicht drängeln. Ich bin tot. Habe ich dich gerade gekillt? Nein, ich habe mich gekillt, indem ich den Gegner reingelaufen bin. Okay. Das passiert manchmal. Wieso können wir denn hier nicht weiter? Das ist ja voll nervig. Das sieht lustig aus. Oh. Oh, wie die mir einfach die ganze Zeit so einen Kick geben und dann... Ja, lass mich raten, du bist auch gleich tot? Ja, ich bin tot. Hab dich wiederbelebt mit meinem letzten Leben. Wie ich hier einfach... Wie ich hier einfach die ganze Zeit verrecke. Warte mal, den da müssen... Oh, Mann, 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 Mann. Warte mal, weil ich habe eine gute Idee. Ich habe die Idee des Todes. Ja. Ich sterbe nämlich sicher gleich. Ja, aber es war nicht schlecht, oder? Die anderen sterben auch. Kannst du mich wiederbeleben? Ja. Danke. Oh. Nein, das war die falsche Robe. Da bist du. Oh. Ach, komm schon. Wie die mich immer rammen und ich sofort sterbe. Das geht aber gar nicht. Aber wir haben voll die Gegner dezimiert, ey. Das ist voll cool. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir das schaffen. Soll ich das doch mal machen? Okay, dann müssen sie erst mal daherkommen. Der Dicke. Komm her. Ach so. Äh. Oh, wie die mich immer... Boah. Ist mir schon wieder gestorben. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt auch noch mehr. Wow. Das war gut. Der Blagier ist voll im Baden gegangen. Wie die alle baden gehen. Oh. Ich sollte den Gegner nicht heilen. Lecker. Wie mir der entgegenrutscht. Wir haben ihn weggeschubst. Ihr kommt nicht vorbei. Vor allem witzig, wie Alex gegen eine Gegner kämpft, wenn ich hier den Rest fertig mache. Vor allen Dingen, wie ich dabei noch sterbe. Was auch wirklich jetzt ohne Mist. Ich bin übrigens tot. Ähm, wie die meiste Zeit. Endlich. Das hat echt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, ähm, äh, äh, schlecht bin im Spiel. Abgesehen davon, dass ich tatsächlich schlecht bin in dem Spiel. Sondern diese Robe ist einfach so schnell tot. Ich bin übrigens schon wieder tot. Sag mal, steht da einer unter dem Eis und schießt... Verdammt. Verdammt. Schnell. Belebt mich. Oh, ich bin hier. Ah. Oh, komm schon. Echt jetzt. Och, nein. Ey, das war so... Es war einfach so knapp. Und dann kommt dieser komische Kanonier da und ballert uns das Eis unter den Füßen weg. Lass mich raten, wo wir wiederbelebt werden. Oh. Okay, ähm. Oh Gott. Ähm, das ist auf jeden Fall keine coole Sache. Oder wir laufen echt weiter. Vielleicht geht's da irgendwie weiter. Nein, das geht leider nicht weiter. Ich bin schon die ganze Zeit an diesem Rand gewesen. Vielleicht hast du auch nur gefehlt, aber... Abgesehen davon, dass halt einfach die ganze Zeit Gegner rauskommen, können wir nicht da hinlaufen. Ja, aber zumindest haben wir sie jetzt auf dem Wasser und machen wieder unser gewohntes Spielchen. Äh. Gewohnte Spielchen. Gewohnte Spielchen. Hui. Ah. Kannst mal aufhören, dich an mir zu... Laben. Ja. Ey, der haut mich einmal mit seinem Schwert und ich bin tot. Kommt nur. Gewohntes Spielchen. Oh, ey, wo bin ich denn hier unten? Ach du Scheiße, ey. Scheiße. Wie ich einfach bei einer Berührung sofort tot bin. Entschuldigung, ist eigentlich voll nicht lustig, weil das ist voll, voll, äh, nachteilig. Bist du tot? Ja. Bist du tot? Ja. Ja. Äh, ich auch. Sag mal, gibt's doch nicht. Und wieder im Pfad. Das sieht, wie der Magier voll aus, tickt und einfach immer irgendwas macht. Das ist übrigens gerade unser Fail-Spezial. Extra für euch. Weil es euch wundert, ja, wir wollten euch zeigen, wie schlecht wir wirklich sind. Wir schmieden das eigentlich normal ziemlich gut, aber wir dachten, ach, wir fehlen mal ein bisschen für euch. Ja, privat haben wir es schon ungefähr 500 Mal durch. Äh, auch mit den schlechten Roben, das ist alles kein Ding. Oh. Naja, ich bin auf jeden Fall, wir sind tot. Vielleicht sollten wir das echt als Fail-Spezial machen und einfach mit den Roben, die wir das letzte Mal hatten, ähm, das Ganze von vorne probieren. So in richtig, weißt du? Sonst hätten wir es nie probiert. Genau, neben meiner Maus steht einfach die ganze Zeit Not Found. Ich will gar nicht wissen, was das heißt. Äh, nicht ins Bisschen. Vielleicht sollte ich mich einfach unter so ein Schutzschild stellen die ganze Zeit. Und, ähm, vor allen Dingen, äh, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist, wie sie alle ins Feuer laufen, das ist, äh, ins, äh, Wasser. Ja, warte mal, warte mal, DF. Hier geht es nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Oh, da hat es doch viel geschafft. Den kriegen wir auch noch tot, warte mal. Aber wir werden auch die ganze Zeit beschossen irgendwie. Jetzt wahrscheinlich der eine am Ende der Kiel. Los, viel Spaß beim Kotzen, du Vieh. Uah, baden gegangen. Danke. Uah, äh. Äh, äh, ja. Ich habe mich gerade selbst in einen, ähm, Wassertod. Oder sowas. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Doch, doch. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Wieso glaube ich nur, dass Alex tot ist? Weil das, äh, der Normalfall ist bei mir. Puh, verdammt, nein. 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 Oh, ey. Ey, es sah so gut aus. Nein. Es sah echt so gut aus. Dieser blöde Magier ist schuld. Wenn der nicht da wäre, hätten wir es bestimmt schon zehnmal geschafft. Ich glaube allerdings auch, das Spiel passt sich uns an. Und es werden mit jedem Mal weniger Gegner irgendwie. Glaubst du? Ja, nee, okay, ich habe nichts gesagt. Weil, selbst wenn ich, wenn ich das jetzt, ach. Wenn man selber wie eben, jeder holt sich in Position und dann bomben wir einfach den ganzen, ganzen Weg großflächig mit. Wie, wie, wieso, wieso, wieso bin ich so blöd und drücke jedes Mal die mittlere Maustaste? Wieso gehe ich schon wieder baden? Du bist übrigens auch tot, nur. Nein, nein, du lebst. Ich habe dich wiederbelebt. Was, echt, ich lebe? Sag mir das doch einer. Ich gucke die ganze Zeit auf meine Leiche und denke mir so, ich bin schon wieder tot. Das ist ja so blöd. Ja, mit der rechten Maustaste. Vielleicht denke mal eben, schwimmen geht. Und ich auch. Bin tot, bin tot. Wir wollten eigentlich nur einen als Backup, bin wieder fast tot. Du müsstest eigentlich nur oben stehen, während ich da unten nicht die ganze Zeit selber in die Hand bin. Ja, ja. An was bin ich jetzt gestorben? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich glaube, dieser Zauberer hat da irgendwas gedreht. Oh, du bist nass. Ja, stimmt, nass geht ja nicht. Mist. Oh, das wird ein letztes Spiel. Okay, okay, warte, warte, warte. Wir machen es diesmal so, ich renne die ganze Zeit, ich renne komplett nach oben und ich bombe nur runter, ja? Und du guckst dann unten, was du da reißen kannst, irgendwie. Ja, wir machen es hier真的. Vielen Dank.